Trab-Rennen am 3. März Sonntag in Berlin-Mariendorf. Das neunte und letzte Rennen sicherlich das interessanteste der Karte. Da kommen zwei Klasse-Fünfjährige gegeneinander an den Start. Gaius R.A. hat das Kommando mit Rolf Hafenström dahinter. Sitz San Siro BR fest, der hat keine Chance. Gaius R.A. gewinnt auch den zweiten Start in diesem Jahr. Außen kommt noch auf Touren Dancer Joy mit Thorsten Tietz. Das ist ja der Mann der Stunde. Am Freitag in Karlshorst vier Rennen und heute hier in Mariendorf drei Siege für den derzeit Führenden in der Berufsfahrerwertung. Im vergangenen Jahr gewann in Mönchengladbach Michael Nimczik diesen Titel in ganz Deutschland, der Champion Roland Hülskert. Und diese beiden sind hier 1-2 in Gladbach. Dort der Saisonauftakt Icard Debois mit Roland Hülskert übernimmt das Kommando, geht vorbei an Michael Nimczik und Connecting People. Und wenn dieser Icard Debois glatt geht, dann ist er in seiner Klasse. Eine Macht nicht zu schlagen, gewinnt mit Roland Hülskert gegen Connecting People. Beim Saisonauftakt an der Niers zu Gast Tom Koimann aus den Niederlanden. Er hat ein gutes Pferd dabei, Charles Boko, aber er macht zu viel Fahrt unterwegs. Grace Kelly bleibt in seinem Nacken und an der letzten Ecke ist Charles Boko geschlagen. Dafür geht Grace Kelly nach vorn mit Heinrich Gens und löst sich zu einem überlegenen Erfolg. Eine vierjährige Timberland-Tochter, die hier wirklich ganz überlegen ist. Von der sollten wir noch einiges sehen. Grace Kelly gewinnt gegen Ribery und Charles Boko auf Platz 3.